Sooo... Doom the way it did, Episode 4, Level 5. Wir wollen jetzt langsam rum. Vielleicht erkenne ich auch langsam mal ein bisschen mehr auf dem Bildschirm. Ähm, okay. Okay. Äh, das ist gut. Wow. Säure! 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 erstmal das aufhecken was hier ist ach du kacke ich hab das eigentlich nicht aber gut wenn das ist aber so eine schöne fall entdeckt so wie geht der runter ich trau dem ganzen praten hier nicht ok danke dafür rüstung gibt es hier auch die hebe ich mir nochmal auf falls wieder so eine stelle kommt wo wir rüstung brauchen so so da brauchen wir was rotes ja wir haben zwei fünfte also fast die hälfte ein raum ohne funktion zumindest bisher vielleicht kommt hier noch was man weiß es nicht kommen wir nicht rein brauchen wir einen roten schlüssel kein schädel muss man ja immer aufeinander halten ach du scheiße ach so von hier kommen wir das ist das problem wenn man sich schädel braucht das ist das problem wenn man sich für später aufnehmen aufhebt dann muss man auch daran denken später what the fuck ist das so eine so eine du musst dich beeilen fallen oder was ach du kacke wow ähhhhh geht es hier auf dem aufweg auf dem aufgang nein natürlich nicht boah alter ähhhhh kommt mal her so viel zu dem Thema. Alle weg. Okay, erstmal gucken, wie die Dinger ausgelöst werden. Hier wahrscheinlich hat eins aufgegangen zu sein. Jawohl. Hä? Ach, leckt mich doch. Oh Mann, nein. Stopp, aus. Oh, ist das hässlich. Da kommst du gar nicht rein, weil da diese Kackdinger da runterhängen. Hab ich das letzte Mal gespeichert? Ah, hier auf jeden Fall nicht. Wo ist der denn jetzt weiter? Oh Mann, ach, hier. So. Okay. Wie kommt man an den roten Schlüssel ran? Hier ist blockiert. Ach, jetzt ist richtig stopp hier. Ach, dann legst du mich doch. Ah, super. Hier geht's auch noch weiter. Okay. Okay. So, wir kommen da auf jeden Fall nicht rein. Ich geh da noch mal in den anderen Raum. Hier, mal gucken, wo wir hier ankommen. Ah, da können wir nicht rein. Nee, kommen wir nicht rein. Achso, jetzt sind wir hier. Hier ist noch eine Tür. Nee, doch nicht. Doch, ist eine Tür. Klar ist es eine Tür. Nur, die kriegen wir nicht auf. So. Da ist eine Teleport. Ach, eine Karte. Die könnte uns tatsächlich pültig sein. Bei den komischen Maps hier. Wow. So, mal gucken, wo wir jetzt hier weiter müssen. Oh Gott. Sind ja Schalter. Ah, da wird jetzt nicht erst hin. Das geht so definitiv schneller. Hä? War es bloß der eine oder was? Da geht's weiter. Nee, jetzt bloß. Hier geht's weiter. Nee, auch nicht. Oh Gott, Alter. Da ist wohl irgendwas. Aber warum nicht? Also, wir haben jetzt hier einen Schalter gedrückt. Was hat dieser Schalter jetzt getan? Ah. 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 Wow. Geht's bei Fifty? Nein, geht nicht. Was? Ach. Gut, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben noch keinen Schlüssel, kein nichts, kein gar nichts. So muss ich halt da. Ach so. Wow. Ja, okay. Das macht, äh, Sinn. Ist noch ein Schalter irgendwo? So, was war hier? Ach so, hier war der Raum, wo nichts drin war. Vielleicht ist da jetzt was drin. Immer noch nicht. Schade eigentlich. Okay. Also, da sind noch ein paar Sachen, wenn ich in die Richtung gehe. Hä? Hä? Er sagt, wow, hier sind doch Sachen hinter, aber die öffnet sich nicht. Ah ja. Gut. Äh, ansonsten, wo ist noch was? Da kommen wir nicht hin, da müssen wir uns hin teleportieren lassen. Da hinten ist noch was. Ach so, ja genau, da ist da, wo das Exit ist und da kommen wir nicht rein, weil wir haben keine gelbe Karte. Hier unten kreisen ein paar Gegner noch rum. Wow. Hier ist noch was. Das ist auch noch was. Hast du Quatsch? Nee, da oben kommen wir ja gar nicht hin. Da ist ja ein Zaun. Boah, Alter, wo kommen wir, wo müssen wir denn jetzt, wo, wo, äh, sind wir jetzt gerade überhaupt? Ach da. Wow. Ach so, ist da, wo diese Imps waren. Äh, gut, okay, dann wird das auch natürlich gar nicht, ist hier. Okay. Ja, da, da oben. Kommen wir aber noch nicht hin. Kommen wir jetzt mal, da ist noch was. Ah! Lässt sich aber nicht öffnen. Ich bin verwirrt, vielleicht hoffentlich keiner. Gut, also nochmal, in dem Bereich kommen wir nicht hin, weil es da keinen Zugang gibt. Da müssen wir uns also irgendwie ihn teleportieren lassen. Hier in der Mitte ist noch ein Teleporter. Okay, aber das ist doch gar nicht runtergegangen. Ja, genau, da ist ein Teleporter. Er zählt jetzt. Ach so, wow. Ah, nee. Hä? Ach so. Ja, okay, das macht voll Sinn und so. Bringt uns aber noch nicht allzu viel, wenn wir sind, dass ein Teleporter, genau, der ist noch nicht offen. Ja, das macht keinen Sinn. Gut, ich gehe nochmal in die Richtung. Da soll irgendwie was Rosames sein. Ach so, ja, das Ding. Müssen wir hier noch irgendwas machen, oder wie jetzt? Hier geht's noch weiter. Ah. Gut, nächster Versuch geradeaus. Kommen wir hier irgendwie hoch, rauf, äh, runter, oder beides? Gar nichts. Es gibt's doch gar nicht. Hey, Momentchen mal. Das hier ist... Ah, okay. Okay, das macht Sinn. Wir kommen aber hier auch nicht weiter. Ne. Wow. Wir kommen jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, whatever. Ah, geht doch. Hier ist ein Schalter. Da ist kein Schalter. Äh. Ah. Alter. Na, komm mal her. Vielleicht kriege ich auch hier noch ein bisschen Leben rausgezogen. Ah ja. Immerhin 20 Leben. Okay. Fuck. Fuck. Ach Gott, draußen reden die Leute so, ja, draußen reden die Leute so laut. Ich habe nämlich Geräte, die sprechen mit mir, zum Beispiel meine Bluetooth-Boxen, wenn der Akku leer ist. Da fällt es dann bis Null, die sind halt gerade gar nicht an. Deswegen war ich gerade schon ein bisschen verwundert. Oh, da ist so eine Run. Und jetzt einmal sauber durch, ja, la, la, oh, die Rote oder die Blaue Perle? Ich weiß nicht, wieso, aber ich denke mal, das ist das vom Hauptsten auch die Richtige. Die Frage ist nur, wo kommen wir jetzt, ach so, klar, gelb. Mit dem können wir jetzt bei uns da zu Hause, da, hier rein. Kampf der gleichgesinnten. Oh, jetzt sind wir noch mehr. das wollen hier rein was das jetzt meine fresse was nur noch ein schalter wie geht es raus ein abschweig interessant ach so ja hier karte die frage wollen wir schon gehen wir haben wir jetzt eigentlich ich brauche ich noch drei sequels um die sequels allein zu sammeln darauf habe ich nicht wirklich Bock ab jetzt hier ok in dem sinne schau mit v auf 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 auf